Lucho Fontana – Räumliches Konzept – Erwartungen 1964 Der Schnitt ist charakteristisch für diesen Künstler. Indem er Gemälde zerschneidet oder durchlöchert, überwindet Lucho Fontana die Grenzen der zweidimensionalen Bildoberfläche und durchstößt sie, um einen inneren Raum zu kreieren. Die Wahl der Farbe Weiß betont den Bezug zwischen Raum und Form zusätzlich.